Der Henry hat jetzt seine Hände entdeckt, das heißt er nimmt sie jetzt ganz oft gerne in den Mund und spielt mit seinen Händen, nimmt auch eine Kette in die Hand, lässt sie dann auch wieder los, also es ist noch relativ unkontrolliert oder nimmt auch meine Hände und hält sie fest und jeden Tag kommt er jetzt ein bisschen mehr dazu und er übt fleißig. Er ist ein ganz fröhliches und aufgewecktes Kind, also man kann ihn ganz gut zum Lachen bringen in seiner Wippe oder wenn man ihn rumspielt, das ist ganz gut und freut uns sehr. Der Henry mag es am liebsten, dass man ihn ganz doll mit den Beinen hin und her schüttelt, da wird dann ganz viel gelacht und umso schneller und wilder desto besser. Ich nehme den Henry öfter mal in der Wippe mit in die Küche, dann kann er mir zuschauen und er bewegt sich da auch schon jetzt oft eigenständig drin und versucht seine Position zu ändern und das macht ihm wohl ganz viel Spaß. Wir haben jetzt schon relativ gute Schlafenszeiten. Der Henry wird jetzt auch nicht mehr gepumpt, sondern wach ins Bett gelegt und nach ein paar Minuten schläft er dann normalerweise auch immer ganz gut von selber ein. Das submission wird jetzt eher nicht mehr aufgelostet, sondern wieder planneraciaaus martyrdom. Der Henry wird jetzt auch nicht mehr heroisehart her. Ja! Bis zum nächsten Mal.